Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ich werde einen Weg finden, ihm sein Gleichgewicht wiederzugeben. Oh, Gleichgewicht. Alles klar. Aber erst mal... Du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat Stand gehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Fulianten der Zerkerung warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich acht Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hinein interpretieren sollten. Ich finde, dein Onkel hat schon ganz schön recht, junges Fräulein. Du solltest mal auf den hören. Gibt es hier ein neues Buch? Nein. Gibt es hier jetzt ein neues Buch? Es tut mir leid, aber ich möchte die Bücher jetzt alle abklappern. Ich weiß nicht genau, wann die spawnen. Ja, nein. Och, mir geht es gut. Entspanntes Zocken. Bei dir? Alles okay? Ja, sag mal, du alter Sack, wer bist denn du überhaupt? Wer seid ihr? Hat Deckard gerade gesagt, er hätte Diablo aufhalten können? Dann blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Also ich glaube nicht, dass Deckard, der alte Sack, Diablo hätte aufhalten können. Lea und ihr, ihr braucht einander. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Es geht leider nicht. Ich spiele auf Hardcore und ich spiele Solo-Hardcore. Das heißt, man kann nicht mit anderen Leuten zusammenspielen. Das ist so ein extra schwerer Modus, wo man alleine spielen muss. Tut mir leid. Aber es geht leider nicht. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den huratrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Kane überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanktuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Ja, es tut mir leid. Es geht wirklich nicht. Also dieser Modus verbietet es. Es geht nicht. Ich kann mit dem Charakter nur alleine spielen. Das ist der Solo-Modus. Solo-Hardcore. Also es geht leider nicht in der Gruppe. Und Leoric. Erzähl mal was zu dem. Das ist mit dem König von Tristram geschehen. Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Und er wurde zum Skelettkönig. Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden. Leoriks ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. Das ist geradconnt. In Diablo 1 war das nicht so. Und ich glaube nicht an Radcons. Also stimmt das nicht. Diablo 3 hat Unrecht. Ja, also der Held, also der Krieger aus Diablo 1 ist nicht Aiden. Es gibt keinen Aiden. Es gab nie einen Aiden. Das ist gelogen. Das Spiel lügt. Die Welt erneuert sich selbst fortwährend und dieselben Ereignisse spielen sich immer wieder ab. Uns bleibt nichts anderes, als unsere Rolle zu spielen. Was versucht ihr mir damit zu sagen? Ich spreche in deutlichen Worten. Gebt mir nicht die Schuld an eurem Geisteszustand. Nee, du sprichst in Rätseln. Ich kann das gar nicht abwenden, so Leute in Rätseln reden. Sag doch, was du willst und gut ist. Der sagt, was ist. Seine Frau ist krank und wir sollen uns um sie kümmern. Ihr seid der Schmied hier, nicht wahr? Ich komme mit einem Anliegen zu euch. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Alle Wege führen in den Tod. Ich kann euch helfen. Hab Dank. Alle Wege führen in den Tod. Ich kann dir helfen. Ich helfe dir. Ja, warte mal. Hat mir ein Level ab? Neue Fertigkeiten? Ah, guck mal. Jetzt haben wir ja eine neue Rune dazu. Die Knochenstacheln betäuben gegen nach einer Sekunde. Ja, das nehme ich. Warum denn nicht? Meine Freunde, es tut mir leid. Entschuldigt euch nicht. Ihr bringt ihnen Frieden. Ja, die Mira wird jetzt zu einer scheußlichen Mutter. Hilf mir! Bumm. Tut mir leid, ich konnte deiner Frau leider nicht mehr helfen. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedric Imon. Es gibt einen Weg, eure Schuld zu begleichen. Ich suche nach König Leorex Krone. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Heim des Weglagens finden. Dein Großvater... Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Dein Großvater war Kanzler. Und du bist Schmied. Na ja. Es gibt keine kleinen Jobs. Jeder Job ist wichtig. Und man sollte genau das machen, was einem am meisten Spaß macht. So, wir gehen jetzt aber nochmal zurück. Erzähl es niemandem. Aber ich habe ein paar neue Waren, die du unbedingt sehen solltest. Ne, danke. Und gucken nach, ob es neue Bücher gibt. Nach jedem kleinen Questpunkt. Oder man müsste online nachgucken, wann die Bücher auftauchen. Aber ich habe jetzt keine Lust, in der Liste nachzuschauen. Schade. Schade. Okay. Geht's weiter. Ja, wie gesagt, tut mir leid, aber zusammenspielen geht einfach nicht. Wie gesagt, das ist der Modus. Solo, Hardcore. Ich sag's ja schon, Solo. Kann leider nicht mit anderen spielen. Radma hat mich gesegnet. So, was haben wir denn? Hier gibt's was Neues. Ne, Knochensperr, ein Rune. Beursacht nach jedem durchschlagenden Gegner mehr Schaden. Ah, okay. Also wenn man eine riesige Reihe durchschießt, dann wird's immer stärker. Gefällt mir beides nicht so sehr. Knochensperr, Sklettmagier. Weiß nicht. Mal gucken, was da noch so kommt. Sklettmagier hat schon was, aber die sechs Sekunden sind blöd. In den letzten Tagen von König Leoricks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumählen, das Atmet. Sie mögen vermodert und gebrechtig sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Ich habe gerade meine Kopfhörer gehört, wie sie sagen, die Batterie geht gleich aus. Kann ich mir eigentlich gar nicht erklären, weil ich die eigentlich immer in dieser Box auflade. Aber ich muss jetzt anscheinend ohne Kopfhörer spielen. Wollte aber kein Problem sein. Dann machen wir das halt so und dann muss ich mal die Box aufladen. Moment, ich habe hier irgendwo ein Kabel. Keine Ahnung, wie das leer sein kann, weil eigentlich lädt es sich jetzt immer auf. Aber gut. Das ist angeschlossen und dann spielen wir jetzt mal mit Lautsprechern. Bisschen ungewöhnlich für mich, aber kriegen wir hin. Oh, ich habe einen Schatzgoblin gehört. Habt ihr es gehört? In der Nähe ist irgendwo ein Schatzgoblin. Die Welt ist eurer überdrüssig. Führt in das Spiel jetzt doppelt durch das Mikro? Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist und dass sie ihre Portale in sein Reich führen. Hm. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Aber das stimmt sogar, was er gerade erzählt hat. Na, wenn man so ein Goblin-Portal aufmacht, dann ist da am Ende so ein Boss, der heißt Greed. Hier. Nie wahr? Das wird eine Herausforderung. Jetzt könnten wir entweder direkt dort reinlaufen oder wir gucken uns noch ein bisschen um auf der Neb. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen um. Ein bisschen Leveln dabei, Items finden und vielleicht noch ein paar schöne Texte zum Vorlesen. Oh. Gut, dass man die Stunnen kann. Gut, mein Meister wäre stolz. Mein Meister wäre stolz. Voll erwischt. Euer Grab ruft nach euch. Das sieht schon cool aus, wenn so fünf Leicht auf einmal explodieren. Das hat was. das ist Halloween. Das ist Halloween. Oh, das ist ja voll keiner im Kopf. Krieg dich mal raus. die welt ist eurer überdrüssig die welt ist eurer überdrüssig ich hätte gern permanente sammeln gibt die auch bei diablo 3 oder muss ich immer wieder frisch beschwören so Okay, beautiful. Hier ist immer das Problem, man weiß nicht, welches Grab es ist, ne? Also da muss man rumprobieren. Im schlimmsten Fall durch alle drei Gräber durchlaufen. Emon. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Bis zum Ende? Da war kein Emon. Im Diablo 1. In Diablo 1 war da keiner. Können wir jetzt die Sachen hier zerlegen? Ne, machst du noch nicht? Ich würde gerne Sachen zerlegen. Da können wir sie erstmal aufbewahren. Klingt jetzt echt übertrieben. Aber weil das Hardcore Solo ist, möchte ich jetzt wirklich alles aufheben und dann zerlegen, sobald ich den als Schmied freigeschaltet habe. Die Ressourcen und dann Sachen zu craften und sowas. Wird wichtig, denke ich. Wir schauen nochmal kurz wegen den Büchern. Nein, hier ist nichts. Und dann müsste ich mal eine ganz, ganz kleine Pause einlegen. Bei mir ist gerade das Abendbrot fertig geworden. Das heißt, ich würde fix was schnabulieren gehen. Und dann geht es hier direkt weiter. Wird nicht lange dauern. Fünf Minütchen oder so. Ihr kennt mich ja. Ich esse schnell. Gut. Also. Bis gleich, Leute. Lauft mir nicht weg. Oder kommt gleich wieder in fünf Minuten. Gleich. Bis gleich.